Nee. So, ich hab gestern nix reingestellt. Hatte keine Zeit. Ups. Gänzen. Naja, meine Freundin hat mich an die Schule erinnert. Ich hab was vergessen. Und das stimmt auch. Machen wir das jetzt auch schnell. Ups. Dafür muss ich schwimmen und das kann ich ja jetzt. Geh, naja. Oh, naja. Ah. Der neue Teil ist besser. Da kann man gleich fliegen. Nämlich hier. Wuhuu. 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 Fisch. Hm, das Fisch. und wenig mach mal Vollgas wow jetzt schon wieder ups auch cool zwei Kugeln noch? ich glaube es nicht ich glaube es gibt es nicht naja ups ich habe ja gesagt ich muss dann auch mal nach Götzen laufen leider da habe ich auch ein bisschen was vergessen na da habe ich ein bisschen was vergessen oh das war der Cheesepacker von vorher oh das war jetzt gut na super dieses Display wird abgebrochen mit einer Störung und 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 und